Hi, hi 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 ha 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 hi ha and welcome, we is does? Ich, hallo bags? Nein! Kennst du nicht den YouTuber, der immer so hi 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 and welcome Nö Imra? Kennst du den nicht? Nö, kann ich nicht Der macht so geile Tutorials Ja ähm Ja, willkommen zurück Geistige und Geistigefüllung Deige Ap compañilie Geistige Unterstützung singen geistige tote unterstützung ja es wird nachts und auf nummer sicher kein schild machen der erst okay ich mach dir mit der erste tote philipp die sich herumlaufen fliegt bitte das ist ein bisschen blöd ich habe ein alibi ich habe ein vieles untergeschubst wie viele folgen nehmen wir auch also wie zwei folgen die und der nächste war das nicht eigentlich normal immer eine wenn man untergeschubst wird gar wenn man untergeschubst wird gar gar nichts hat man nicht gesehen was dann ich bin nicht auf die kiste gesprungen das kommt schlafen ich habe angst ja warte mal ich mach kurz noch ich will ein grafschild für wen machen für wen wohl für den creeper wir sind ja dann kommen ich habe das bett beschriftet war durch ab dem bett beschriftet du bist in deinem bett zum zugegeben dein bett philipp bett jeden fall zu bett und wer schlägt dr wir haben auch schlafen in der fähigen auch so muss leider auch schlafen nein der schneider wird das fliegt ist noch da aber der darf nichts machen der pokémon ich darf nur schlafen gehen ich brauche ich brauche ein bisschen stein wir haben keinen stein ich kann auch ein bisschen ja hier mit meinen sound effects geben nein bitte nicht das ist sonst copyright und wir kriegen ihm probleme was für sound effect er hat so button diese button app habe ich auch so geil wo man verschiedene effekte bekommt für eine gute Wahl dann ist irgendwas copyright und dann sind wir gearscht dass lange keine musik aufdreht sondern nur sound effects ja aber dort das meint ihr könnte copyright sein also lass es ich glaube ich habe höh andere verwenden das auch die ganze zeit wir haben wir haben wir haben die wir gehen nicht das auch einmal kopiert wir haben unsere Haltensel schöner worden dieses sich wird da oben ich weiß ich was du meinst stadt und mannbar ein zu dem Diamantblock da oben wo wir und nicht gewusst mit ihrem ich verheiratet warum ist der dort zum diamantblock die an das ist natürlich aber die namen wir selber platziert nicht das hat gott platziert er wird gestorben zu haben da genau wurde gestorben ist wir nennen diese dritte Prozent den namenlosen weil der Niklas den Namen nicht gewusst hat die namenlose Brücke ja genau genau in die Mitte dass wir runterfallen ich habe gedacht du machst nur so ein kleines Schild aber wo er gestorben ist nicht hier wo ist er gestorben kreuz machen ja das händchen da ich habe mich mit kreuz machen mach aber aus nach hier bis runter gefallen was macht da kommen wir durch ja dann so war oder an den städtischen eben ich lasse mich so seitlich machen warte mal direkt noch da seitlich ein erdblöck getragen ist noch egal da lass uns seitlich machen ja passt schon tu die Fackel einfach weg Niklas apropos Fackel kannst du Fleisch brennen äh wir haben bleiben in unserer Kiste ja auch nicht kaputt machen Herr Niklas äh so und jetzt schreiben ich warte darauf wie da kommt kein traumvoller Satz wenn ich zu weinen denk der Mann der den Namen nicht kannte was der Mann ohne Namen ja den Mann ohne Namen den Niklas ihn nicht kannte 6 Jahre Freundschaft 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 und sonst bin ich gespannt klinge ich runter warte mal ich hab hier ganz viel Emotionen grad rein ich hab hier grad sozusagen warte ich hasse solche Leute die in Facebook oder irgendwas RIP in Peace schreiben das RIP 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 was steht da hier für die Aufnahme ich schau dir das an das ist schön sogar der Villager guckt das an ja der lacht sich auch einab Philipp der Creeper war schuld bestemotion Demo vor allem war ist groß geschrieben noch dazu Niklas ist eigentlich schuld ja genau du hast den Namen vergessen ja du hast den Namen vergessen Junge ja 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 schüttelst du dir was und nächste wenn du die Folge dabei bist doch hast du so oh ich habe Eisen gefunden genau oh ich habe komplette DIR Ausrüstung oh mein Gott look at me bitch oh ich habe Elytra ich kann jetzt runter fliegen und dir ganz viel Wolle schieten nein oder brauchen wir so oder so nicht nö außer als würde jemand eine Wollbasis haben vielleicht eine Innereinrichtung oder vielleicht ein Luftchef ja genau okay aber das ist eine andere Folge halt eine andere Folge halt eine andere Folge andere Season Minecraft keine Ahnung was noch da kann man trotzdem da daneben bauen okay hast viel Spaß okay du kümmerst dich um das Luftchef wir bauen unsere Häuser derjenige der das baut der kriegt von mir nix ich sag's gleich wir sollten überhaupt alles was wir bearbeiten zu Half-Steps machen dass wir alles verdoppeln ich glaube ich lebe ich lebe als Normane und das heißt äh ich bin angewiesen auf Freundlichkeit der anderen Spieler okay oh shit also einmal wurde ich bei Philipp vielleicht wenn er dazu stimmt einmal bei dir Niklas ich lass dich nicht ich lass dich nicht bei mir wohnen ich lass dich nicht bei mir wohnen ich lass dich nicht bei mir zuhause du stinkst du Hühnchen nach einer Zeit kommt er dann wieder mal nach einer Zeit kommt er mal wieder und dann sagt dann kommt er drauf und gesagt ich hab doch gerade erst aufgeräumt dir weg ach man das sind sehr viele Tiere hier das schaf will Suizid begehen mit dem Huhn treu runter ein Huhn lass bitte leben ja mehr Hühner ja mehr Hühner hier ja mehr Hühner hier warte mal 2,4,6 Hühner ja ein Hunden will ich mir mitnehmen ein Huhn gehört mir und weil es das Suizid begeht also sieben ja wie gesagt ein Huhn gehört mir ja wie gesagt ein Huhn gehört mir ja wie gesagt ein Huhn gehört mir bitte die Bäume so ich trau dich wir können so nie wachsen wirklich wer wachsen wir brauchen nie mal nicht baum 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 okay haben wir Erde genug keine Frage ich hab 32 als ich verrägt bin also nachdem ich verrägt bin besser gesagt hast du in die Kiste gegeben nee gibst du es bitte rein bitte bitte ich bin tot da hätten wir ja wir hätten ihn fast sagen sollen es soll sein Zeug in die Kiste reingeben hast du eh hat er nicht doch wir sind 16 drin wir brauchen ich hab doch nicht zugehört nee man diese ist das die Plattform ja krass von jemanden bestimmt der ein Haus basteln wollte einfach mal so ja weitere 1 weißt wir haben wir haben unsere Insel nicht vergrößert wir haben nichts gut äh relativ gutes und was macht der Kerst der baut einfach so im Haus ja 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 das ist das Beste was man machen kann Junge ja dann schickt der Robin noch um zu sagen ja warum baut ihr das ab ja ich kann das selbst denken der hat Eier ohne Ende aber er hat ja aufgenommen äh Eklass ja jetzt glaube ich nicht mehr so viel Steine aber ich hab genug als selbst ja ja weil du bist ja tot und bocht der war jetzt rechte ja ok vielleicht das hätte sich dann das Holz noch durch Ding nein du kannst halt die Mitte dann ersetzen während ich das drumherum hier grad baue hab jetzt zu ziehen fahren auch auf einigen ziehen dann wird gebot ja war du schön du kannst singen ich summe ich singe nicht ich summe dann summst du mir egal was du machst mhm hm ich hätte diese pvp werden jetzt schon hassen Bogen Nein kein Bogen wir nehmen hier Rückschussstab einfach look genau ok nur Rückschussstab ich stehe noch leichter runter nur Rückschuss ja dann ist es gleich vorbei ja ist egal ist ja Schleffel na gut ich machen Niklas wie viele Minuten haben wir noch äh 4 was 4 Sekunden 4 Minuten. 4 Sekunden genau. Dann hätte ich jetzt schon gesagt, auf Wiedersehen. 4 Stunden. Es geht um Village Hub. Warum gehst du immer zu mir Niklas? Schlag dich. Weil ich mir nochmal den Grabstand einschauen will. Oh weh Maria. Oh weh Maria. 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 Hey, ich kenne den Maria. Wir sollten mal unsere Hauptplattform erweitern. Ja, Steils. Ich hab sowieso was ganz interessantes mit davor. Niklas, ich baue schon mal die Hauptinsel ab. Ich baue die Hauptinsel. Warum? Ich baue die Abbau. Ja, ich mache alles auf Ding. Ich baue alles ab. Und baue dann Holz. Dass wir eine gerade Fläche haben. Mit dem Ding. Nee, ich hätte es anders gemacht, aber egal. Mit der Erde mache ich dann eine Baumform irgendwo. Wie viele steps hast du eigentlich, Philipp? Ich? 2 Stacks und 40. Hm, richtig. Okay. Niklas kannst du nur einen Stein geben? Äh, ich hab keinen Stein. Ich wollte gerade sagen, wir brauchen auch noch einen Stern, nicht nur Hauptsteps. Ich brauche nur einen Stein. Hä? Es wird nun aber schnell und die Creeper kommen. Dann kommen Herbert zu mir. Okay, stopp, warte. Ich muss zuerst die Bäume abfängen. Ähm, Atom müsste sich mal an eine bessere Steinform setzen. Habt ihr die, äh, von Aura und so. Hm? Die kenn ich ja. Ja, da gab es ein Stein, den ganz groß war für vier Leute oder so. Ja, das hatten wir auch. Ja. Tanks, baby. Die habe ich auch direkt im Kopf gehabt, als wir das erste Mal Steinformen. Wenn wir einen zum Mund genommen haben. Oh, zwei Idioten ein Gedanke. In der Mund. Oh, Schlagmajor. Ich baue dann immer mal hoch, wenn es, wenn es regnet, dass wir dann Dings bekommen. Äh, Schnee. Schnee. Ja, dann baue ich Schneegolems und die Verteidigung. Verteidigung. Was? Die Verteidigung. Die Verteidigung. Ach, um Verteidigung. Die schießen Zombies ab. Also schubsen die runter. Mit Schneebellen. Tut mir leid, aber kenn mich nicht aus. Ey, wir könnten auch so eine, äh, so Schutzwall machen, also dass man nicht runterfallen kann. Aus Glas? Ah ne, wir können ja kein Glas herstellen. Ich meinte so, so etwas, äh, aus... Wie nennt man die Scheiß? Half Steps kann man einfach machen, setzt die einfach, auf die, auf ne gewisse Höhe und du fliegst schon nicht runter. Eine halbe Stunde nicht dabei sein, das ist echt scheiße. Äh, ich mag mal Holzkohle, weil wir ja normale Kohle irgendwie nicht haben. Wie geht das nochmal? Holz rein, fertig. Oh, das ist jetzt ein 17, den will ich nicht aufheben. Ich habe keinen Lust. Ah, unverarbeitetes Holz und dann? Ah, und dann Holz runter. Ah, ja. Okay, warte, mach mich nicht. Ich hab keine Spaß mehr. Man merkt. Ich sollte ja nicht das Fichtenholz verbrennen, ich sollte ja eventuell das Eichenholz verbrennen. Ich wäre wurscht, was du verbrennst. Warte, ich hätte den Weg eigentlich noch weiter gemacht, aber egal. Ich hab keine mehr. Wo haben wir unter Recht der Setzlinge? In der Kiste, glaub ich. Okay, aber das sehen wir dann später. Ähm, wir sehen uns das nächste Mal. Ah, nein. Also bis zum nächsten Mal. Apfel. Und tschüss. Der Creeper war schuld. Okay, tschüss.